Moin Mädels, Moin Jungs! Ja, da sind wir mal wieder hier, SG Hackern. Wir haben uns gestern überlegt, dass wir mal den Go Simulator 3 ausprobieren. Gibt's jetzt in Epic Games Store, ist keine Werbung, aber es benutzt trotzdem den Credit Code. Ja, Gnu ist dabei, Scherzig und Hanno. Und wir haben in der letzten Folge zumindest mal eine Quest erledigt hier. Wir wissen aber noch nicht genau, wie ihr seht. Also für die Zuschauer, die jetzt meine Folge nicht gesehen haben, ihr habt jetzt vielleicht Fragen bei unserem Aussehen. Schaut's einfach. Geht da gerne mal auf den Kanal, Scherzig und schaut die Folge und dann kommt er wieder. Und dann wisst ihr, was los ist. Weil das ist eigentlich auch ein nahtloser Übergang. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen hier mal ein paar Quests. Und ich würd mal gerne diesen Ziegenpunkt-Turm da oben kunden. Na, die Ziegenburg. Oh, mein Euter. Ja, Ziegen-Turm, hier vorne. Hier direkt. Ah! Da gehen wir jetzt mal hin. Da hab ich jetzt nen Marker gelegt. 230 Meter Abfahrt. Und der kommt mit! Gut. Okay. Warum ist Max rot? Weiß ich nicht. Ich, äh... The Hand of Blood, Digga. Ach, doch wie ein Kolorier. Also, bei mir... Man sammelt ja für jede Quest bislang drei so ne Illuminati-Symbole. Ja. Ach du Scheiße. Was ist jetzt los? Ich bin Gott! Ich auch! Ich muss eigentlich Blut. Blut. Ich hoffe, ich wollt mich nur einkolorieren. Dass die alle Sand sind. Einkolorieren. Ich wollt mich nur einkolorieren. Ah! Ich brenne! Kalle! So, wie kann man denn jetzt in den Ziegen-Turm? Der ist ja hier oben irgendwo. Also, ich wollt... Ja! Hä? Das Ding ist, lieber Kalle. Ach du Scheiße, Digga. Ich bin halt... Oh mein Gott! Bleib mal bitte kurz stehen! Bleib mal bitte kurz stehen! Bleib mal bitte kurz stehen! Junge, das ist ja so cursed! Ich geh ins Licht! Das ist so cursed! Hey, wie hast du das gemacht? Ich hab'n Sattel. Ich kann einfach random Leute auf mich holen. Wo hast du den Sattel her? Den hab' ich gefunden irgendwo. Ja, mir ist das eine... Irgendein Typ da... Nee, mach den weg! Ich will auch, dass jemand Sattel muss, aber... Was wollt' du sagen? Warte! Sorry! Oh! Warte, ich... Warte, ich hör' dich mal! Oh, yeah! Wie süß! Get out of my block! Also, was ich sagen wollt... Ähm... Mit jeder Quest haben wir bislang... Drei Sonne... Was passiert da hinten? Der fährt den einfach um! Jo, ich mach den mal kurz ordentlich! Ey, komm mit Stuttgart! Bleib hier einfach stehen! Ich warte, bis die... Ansage weitergeht! So, weg hier! Oh! Also! Was ich sagen wollt... Äh... Scheiße, ich brenne! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was der Hölle! Hahaha! Hahaha! Was ich sagen... Junge, er ist mit mich! Hahaha! Ich kenn dich! Junge, ey! Was ich sagen wollt! Ich hab rübergerollt! Guck mal, guck mal her! Guck mal wieder rüber hier! Was ich sagen wollt! Mann, diese Keks! Hahaha! Also! Steh doch mal auf! Hahaha! Ja! Ja! Ist ja gut! So! Jede Quest... Hat bislang... Hahaha! Hat bislang... Drei... Illuminati-Symbole gegeben! Die sammelt man, wenn ihr Tab drückt und auf Ziegenburg klickt... Dann steht bei mir... Rechts unten, das leuchtet, das ist voll ausgefüllt... Vergessene Schwesterschaft! Gehe zur Ziegenburg, um eine Belohnung zu erhalten! Oh ja! Das machen wir! Ja! Dann auf zur Ziegenburg! Das hat auch jetzt sehr lange gedauert, bis wir das mal... Ja! Ist nicht einfach! Aber ich mein... Dann folgt mir doch mal! Ich weiß wo lang! Wollen wir mit dem Auto fahren? Nö! Ich würd lieber hier... einfach mal hier Leiter hoch! Echt damit! Du, ich pack dich mal ein hier! Ja! Pack mich ein! Junge ey! Oh Jesus! Das ist so lieb! Das ist einfach halbe GTA, ne? Ja, das ist heftig! Haha! So, Leute! Ich hab Gnu dabei! Nein! Ciao! Nein! Nein! Das ist eigentlich scheiße! Alter, richtige Karma-Shallion! Fresse ey! Auf jeden Fall! Gehen wir zur Ziegenburg! Ja, lass uns das jetzt auch mal machen! Sonst können wir ja gar nicht voran! Ich will da drauf! Ja dann Hottehüt! Über die kleinen Hände, die da hinten rauskommen! Was ist das hier für ein Event? Oh, hier kann man golfen! Das ist die Burg! Ja, das machen wir gleich! Lass mich runter! Die Schwestern! Die Schwesternschaft! Die aktivieren! Was ist das denn? Ich hab nen Gleitschirm, Leute! Oh, ein Bungee-Tapper! Oh nein! Ich fall runter! Ach du Scheiße! Was denn? Ich hab nen Gleitschirm, Leute! Ahhhhh! Oh nein! Und ich fall runter! Und die Statue hab ich auch nicht bekommen! Ich bin so ein Depp! Wie macht ihr das? Wie aktiviert ihr den? Depp! Wenn man springt! Ja! Geil! Hä, jetzt hast du die Burg verkackt oder was? Ahhhhh! Ja, wir kommen doch gleich wieder hoch! Hier, hol dir da so'n Gleitschirm! Kommt zu uns! Ich fall hier immer runter, weil ich zu dumm bin! Ja, das kenn ich! Cool, wir haben den jetzt! Nice! Da ist er wieder! Ich versuch's noch! Ey! Jetzt hör auf! Gut! Ja! Ist ja gut! Lustig! Mein Gott! Piss dich! Ah! Ah! Nein! Naja, jetzt geht's hier lang! Ja, gut! Der hol dir noch kurz den Rucksack sonst! Jaja, genau! Ey! Hier ist ne Pizza! Ich komme, Freunde! Gleitschirm! Oh, die hätt ich gern! Alter! Hebe! Ich hab sie angeschlenkt! So, weg mit hier! Hier ist die Ziegenburg! Hä? Wer für dich mit dem Lüfter, um zu schweben? Ich versuch's jetzt hier mal... Versammle alle Spieler! Ich komme! Synchronisiere mit dem Form! So! Eher gedrückt halten! Hier war das ein bisschen wie Assassin's Creed, oder? Eher gedrückt halten! Ja, ja! Ja! Ich glaub entscheiden wir vielleicht... Alter! Alter! Walla! Bleib hier! Die Tür ist auf! Unten! Was jetzt? Alter! Windkraft! Sehr gut! Mountain Dude! Oh! Das ist ein krasses Kind! Alter! Oh! Die Statue da hinten! Tolle! Einfach nur! Die Golden Gate Bridge! Was macht das alles? Was bringt das? Riecht mal auf die Insel zu gehen da hinten! Boah! Was geht jetzt ab? Alter! Genug und ich! Ich kann das erklären! So! Was haben wir jetzt? Wir können hier... Ich bin... Geh mal unten in den Turm rein! Da kann man reingehen! Was ist oben? Oben hat's bestimmt auch eine Star-Tour, Leute! Lass' das mal hochgehen! Wir müssen uns hier versammeln am Illuminatending! Ja, gerne! Mit deinem Scheisschirm! Kommt jetzt in die Bude! Der Turm ist geräumiger als ihr denkt! Oh, hallo! Da krieg ich ja ganz kalte Füßchen auf diesem Boot! Moin! Wir kommen auf den Stein der Weisen! Das ist ja wirklich! Wir werden gescannt! Mäh! Oh, die Tür geht auf! Oh! Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Tor, Junge? Ey, als ich heute Morgen aufgestanden bin! Ich hab nicht gedacht, dass wir hier jetzt sind! Hä? So! Ja, sagen wir mal Hallo, oder? Das ist doch mysteriös hier! Kann man hier gleiten? Okay, ich hab meinen Platz eingenommen! So! Ah! Ich komme! Scheiße! Moment! Ich brenne! Jetzt komme ich! So! Belohnung erhalten! Alright! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ach, die müssen wir alle brechen, ne? Was bekommen wir denn jetzt? Warte, warte, die Tür! Da liegt ein Obger! Hä? Oder ein Pras? Wer ist denn er jetzt? Ist das unser Endboss? Warte, warte, warte! Da repariert ihr den Raum! Uuuuh! Alter, da steht ein Tisch, der wackelt übelst! Bei mir steht die ganze Zeit irgendwie zu cool für eine einfache Ziegenburg! Ziegenburg! Wow, so gemütlich! F Oh, ich werde wieder... F Ein bisschen aufnehmen! Oh, 5000! Tausend! Au! Alter, er hat dir eben richtig hantiert! Oh, Gott! Geh, am besten... Ich würde gerne Wissen aufnehmen! Ja, ich auch! Hab ich Instinkte jetzt verfügbar! Oh, krass! Instinkt 3! Tab, um Menü anzuschauen! Naja... Sammlerstücke? Ne... Ankleidung? Dann... Geh ich mal raus und mal ne Quiz! Mache ein Rückwaltsektor! Keine! Ich bin jetzt offiziell... Witzig, äh... Rauche... Mache einen dreifach... Ja, die Füße! Eins... Hey! Hey! Lass uns mal rausgehen! Alter! Tiki! Woll! Was? Jetzt reicht's nicht! Eigentlich müsstest du die Giraffe kriegen mit deiner... Scheiß... Giraffenlache, Junge! Eins... Zwei... So, ich... Lass mich doch mal springen, du Appengezüge! Oh... 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 Und ich hab... So, komm, wir kommen jetzt hier wieder raus, sag ich einmal! Okay! Erreiche beim Grinden Warp-Geschwindigkeit! Klar! Ja, Peppe! Wir wollen aber erstmal raus aus der Hütte! Ja, gerne! Schöne Warp-Geschwindigkeit, Abfahrt! Ja, oder? Pass ich durch die Tür! ich bin mal raus gegangen! Hey, ich würde so gern auf die reiten, Kalle! So, ich muss jetzt unbedingt Warp-Geschwindigkeit erreichen! Okay, wir haben ja alle so ein Gleitding, wo wollen wir hingleiten? Boah, jetzt bin ich hier wieder mit einer Tür drin! Und ich bin zufrieden! Lass erstmal die City hier unten gleiten! Ich will ja gerne, aber eigentlich will ich viel lieber einer zu dieser Statue! Ja, aber guck mal... Dahinten ist die Brücke! Dann gleiten wir jetzt erst mal Richtung Brücke dahinten! Ja, okay, der Abflug. So. Kommt ihr? Ey, deine riesen Füße, ey. Mein Kopf ragt auch einfach durch dieses Ding. Mein Herz, der kommt nach. Kann ich mich umgucken? Ich würde mich umgucken. Ey, genug fliegen in die falsche Richtung! Ich denke, Stromschlag wird aufs Dach. Ey, wo bleibt ihr denn? Ey, Kalle, siehst du mich? Ja, ja. Das ist ne Party. Was hier eigentlich auch alles zu sehen gibt, ne? Die Start können wir gleich machen. Lass uns jetzt einmal zur Start. Das ist mein Ziel. Der Woche. Ja, ja, ich muss ja erstmal jetzt hinrennen. Ja, ja. Ich ignoriere alles, was in dieser Stadt ist. Machen wir bei euch. Bei Gnu und Henno. So. Also, das ist krass. Und jetzt bin ich hier. Cool. So, ich warte hier mal auf euch. Ich hab mich hier kurz hingelegt. Ja. Ja. Alles gut bei euch? Ja, ja. Auf dem Weg. Wo ist Kalle? Ich bin hier hinten einer Brücke, ganz links quasi. Da wo Störsen ist. Im Werk, komm mal. Nichts Neues. Ich hab's auf die Straße geschafft. Komm euch mal ein bisschen entgegen. Ich hab einen Weg gefunden, wie ich auf eure Augenhöhe mit euch... Oh, das war so nett. Ich glaube, man kann auch sich irgendwie teleportieren. Kann ich mich auf dich raufsetzen? Kannst du mich raufnehmen? Warte. Warte. Lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwie den Sattel hinbekomme. Warte, warte, warte. Ja. Und sonst noch mal eine andere lustige Idee? Ja, warte. Komm mal her. Oh mein Gott. Warte, ich hol schnell Hanno ab. Komm mal her. Warte, willst du mit? Wie so ein Go-Karte. Du bist jetzt nicht... Du bist ein Fisch, Alter. Aua. Aua. So, jetzt schwimm ich erstmal los. So. Uh. Ja, dann nimm Gnu mit, äh, Sterzig. Und dann, äh, gehen wir jetzt zur Insel. Sterzig, lebst du noch? Ja. Oh, du bist ein Schwein. Oh, da ist ein... Oh, steig auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua, scheiße. Aua. Holy Shit. Aua, was bin ich? Äh, wie hast du das gemacht? Ich bin tot. Ich weiß es nicht. Leute, ich bin voll am Arsch jetzt. Ich kann nichts machen. Junge, mein Kopf ist nur am wackeln. I, was bin ich? Ist das cursed. Aua. Digga. Auf F. Ich bin so reingequett. Digga, guck mal, ich kann auf F, kann ich so schwimmen. Ja, geil. Digga. Genug, wo bist du? Also auf mich brauchst du nicht warten. Du hast mich zur Insel geschleudert. Oh, scheiße. Alter, ich bin so schnell. Warum bin ich so? Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Warum bin ich so glipschig? Oh. Ich faddle weiter. Ey, kommt ihr nicht vorbei? Oh, scheiße. So, wo ist die du jetzt? Jo, Kalle, soll ich dir mal was zeigen? Mach mal. Alter, das ist ein Skateboard. Ist ja geil. Ja, was meinst du, wie ich sonst vorankomme? Guck da mal. Was sind eure? Junge, diese Füße auch. Junge, was ist das? Ich werde Albträume von diesem Spiel machen. Komm her hier. Oh. Ist das hier unser Lift? Gibt der uns Lift? Ja, das war unser Lift. Ja, dann nehmen wir den anderen. Der ist da unten. Aber ich hab nicht, ich hab keine Füße. Ich hab Crocs an. Ich komm da nicht rein. Du hast Crocs an? Na klar. Klar. Wie jetzt? Kann ich auf dir reiten? Wo komm ich denn jetzt? Wow! Oh, ich werde geschockt. Ich will das jetzt hier mal eben. Oh, scheiße. Ist das ne Scheiße. Das Leben einer Giraffe ist nicht einfach. Ich glaub, das wird nix mehr. Wie komm ich da hoch? Wie kommt man da generell hoch? Aufzug. Einfach Leertaste gedrückt halten. Guck. Ich skate hier hoch. Aufzug. Das geht ja... Hä, das ist ja der Hammer. Ist der oben? Oben. Bei mir geht das nicht. Ja. Oh doch. Wir kommen doch noch safe irgendwie runter. Ja, der Aufzug ist halt leider weg. Vielleicht kommt der nochmal runter. Ja, ja, ja. Ich versuch alles, was ich kann. Ne, da passiert ja nichts. Du bist... Ja. Das ist ja der Hammer. Was zur Hölle? Warum scheißt du mich die ganze Zeit an? Ich weiß auch nicht, was ich bin, wenn ich F drücke. Ich werd so glipschig und bin mega schnell. Kalle. Kalle. Kalle, komm mal. Kalle, komm mal. Ich muss jetzt hier... Kalle, komm mal. Nein! Lass mich! Hör auf! Okay, unten ist übrigens eine Statue, ne? Eine Statue. Eine Statue. Oh nein, der Gott ruft mich wieder an. Wer ruft dich an? Ähm. Gott. Ach, obvious. Ähm. Power? Äh. Ja? Ja? Von der Seite kommt dir leichter hoch. Oh mein Gott, du trickst mich. Ähm. Oh mein Gott. Das kann nicht gut gehen. Ja, genau. Da müssen wir hoch. Lass mich runter, bitte. Von der Seite kommt dir hoch. Nein! Oh Gott! Oh nein! Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Du hast mich hier einen Kilometer ins Meer geschubst. Nein! Wenn du deine Füße nicht still halten kannst. Junge, ey. Du stärzig. Du magst dich oben, ne? Komm wie so ein U-Boot. Komm, ich bin hier aufgetaucht. Du magst dich bis zu Nauke kommen. Lester hast du gedrückt halten. Ach so, dann läuft er die Wände hoch, ne? Ihr springt und dann drückt ihr Lester's. Ja. Ich war schon fast oben, aber stärzig hab mich runtergeboxt. Genau. Ach, hör mir auf. Ich bin so sauber. Ey, sauber bin ich auch. Ich bin so sauber. Ich bin so sauber, ey. Sehr gut. Ich bin oben. Ich komme nicht hoch! Das bringe ich jetzt hier zur Grill-Party. Ja, das reicht. Perfekt. Ja. Mach dir hier? Ey, da ist noch ein Ziegenturm. Schau mal. Super. Lester. Ey, deine Schuhe des wärs so irgendwie. Oh, schöne Crocs. Ja, schade. So ein graues Bein. Rass, kannst du mich mit Crocs abschießen? Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal kurz hoch. Was zur Hölle? Was? Wie so der perfekte deutsche Urlauber erstmal auf alle liegen schmeißen. Oh, hier ist ein... Oh, oh. Ah! Ja, ja, ja. Kalle, wir sehen dich oben. Mann! Ja, ich muss jetzt hier erstmal wieder... Hier ist übrigens wieder so ein Turm, ne? Aber gut. Ja, ja. Oh, wir sehen dich kommen. Das ist ja der Hammer. So, ich try my best. Genau. Und jetzt springst du und dann Leertaste gedrückt halten. Ja! Hammer. Das hat nicht so gut geklappt. Also einmal springen mit Leertaste und dann Leertaste gedrückt halten an der Mauer. Ja, mach ich. Der geht ja auch hoch, aber er geht nicht ganz hoch. Ja, ja, oh. Warte, ich schläg dich einfach ab, wenn du oben bist und dann zieh ich dich hoch. Der drückt sich immer ab, gell? Hab ich dich? Nee. Bist du fett? Bist du groß? Nee, ich hatte das Problem auch. Ah, ja, 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 nee. Jetzt hast du mich umgeworzt. Ich hab dich, ich hab dich an der... Achso. Ah! Ja, jetzt hast du mich. Zieh! Zieh! Ich zieh, ich zieh. Aua! Jetzt spring. Nee, ich hab nicht springen. Jawohl, jawohl! Ja, ich hab dich. Lass mich laufen. Easy. Oh Gott sei Dank. Lass mich los. Ah! Also ich bin ja wirklich ein LKW, ey. So. Was bin ich, Alter? Und was machen wir hier jetzt? Äh, guck mal, ich kann das hier mal... Aua! Ich hab ne Kanone, lass mich doch schießen. Nee. Ey! Ey! Hier gibt's nämlich einen kleinen... Oh, hier kann man sich hochboosten lassen. Ich schieß auf alles. Kann ich auch greinten? Oh ja. Ich würde mal gern grinden. Oh! So, und jetzt krieg ich hier die Mops geschwindet. Oh, lol! So, geht das noch schneller? Oh ja. Oh, hier könnt ihr diesen Grindy-Erfolg machen. Ja? Ja, ja. Guck mal, was ich hier mach. Wo ist denn Hanno schon wieder? Aua! Der Stetzig hat mich runtergeböllert. Der Stetzig ist so ein... Arschloch. Ich mach doch gar nichts. Junge, du bockst uns nur runter. Wir wollen dir was cooles zeigen. Ich mach jetzt mein Zockschmied sein. Für die Community. Ich mach... Ah! So. Ich bin jetzt hier auf dem Typ drauf. Kann ich jetzt rein, 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 rein? Ja! Okay, das schafft man aber. So, ich komm jetzt mal hoch. Das mach ich jetzt noch. Das ist das Letzte, was ich tue. Abfahrt? Ja, das klappt. Alter, ich kann... So! Ey Leute, so peftig. Nein! Ja, ja. Oh mein Gott! Okay, ciao! Ich wurde einfach komplett weggeboxt. Das war's. Okay, danke. Das war's mit der heutigen Folge. Das ist der absolute Fiebertraum. Schaut morgen bei Verspieltes Gnu vorbei. Gestern kam die Folge bei Sterzig. Und am Freitag mit Hand of Uncut. Und schaut gerne in die Beschreibung. Da ist eine fette Playlist verlinkt. Auch wann, wer, wie, wo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich muss jetzt erstmal in die Eistonne. Wollt ihr noch was sagen, oder? Ciao! Bäh!